Und dann nehme ich alle den Charakter auseinander und übe tausendmal und dann übe ich so etwas im Tempo mit vollem Charakter, aber ganz kurz, also nur einen Tag oder einen halben Tag. Und dann versuche ich das zu verbinden, so wie ein Collage, sage ich. Man hat eine Sache geputzt oder als Dänin sage ich mir Lego. Du weißt Lego? Ja, ja. Da gibt es ein Lego-Klazir, ein Lego-Klazir, verschiedene Farben und ich habe dann alle geputzt und dann zue ich das zusammen. Und so übe ich das. Und da gerade bei den seasonalen oder letzten Wäschungslanden sind, glaube ich, kompakt, das ist ein Tag, das ist die Charakter, ein Tag hier. Und jetzt da, 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 da. Das würde ich auseinander nehmen. Und wenn du eine Stelle so geübt hast, dann wird das alle Stellen ein bisschen da gut mitkommen sein. Ja. Vielleicht lerne ich das am Ende. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist doch... Ja, ich weiß nicht. ACE Ich kann mir einfach open missen. Ge opt bop 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 dine sehr. Geop bop 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 hospitality Untertitelung des ZDF, 2020